Sie hat seit der letzten Unterhaltung mit Moudi nicht mehr gegessen. Sie konnte sich selbst nicht dazu überwinden. Immer wenn sie versuchte, einen Bissen zu nehmen, zog sich ihre Kehle zusammen. Sie lebte momentan nur von Tee. Hermine schloss ihre Augen und zwang sich dazu, gleichmäßig zu atmen. Sie schloss das Buch, das sie in der Hand hielt, und konzentrierte sich auf ihre Oglomentik. Laut Severus hatte sie ein Talent dafür. Sie ging durch ihre eigenen Erinnerungen und Gedanken, sortierte und organisierte sie. Sie verstärkte die Mauern um wichtige Ordenstreffen, um die Horkruxer. Dann schob sie all die Erinnerungen weg, an die sie versuchte, nicht zu denken. Es gab so viele Erinnerungen an Leute, die starben. Sie schob sie nach ganz hinten in den Kopf, untersuchte sie zusammen zu quetschen, sodass sie die sterbenden Schreie, mit denen sie gefüllt waren, nicht mehr hören konnte. Sie filterte ihren Hass auf Malfoy heraus und stopfte ihn vorsichtig in eine Ecke, wo er sie nicht mehr ablenken konnte oder sie bemannen konnte. Oglomentik durchzuführen war das Einzige, was sie tun konnte, was mentalem Frieden am nächsten kam. Es war ein Teil davon, was sie eine so talentierte Heilerin sein ließ. Sie konnte ihre Sympathie und Empathie wegsperren und sich einfach nur auf den Vorgang und das Prozedere des Heilens konzentrieren. Es schien eine verbreitete Eigenschaft unter Heilern zu sein. Eines Tages, wenn der Krieg vorbei war, konnte Hermine vielleicht eine Studie dazu machen, die Zahl der Oglomenten im Feld der Heilkunst. Sie vermutete, dass die meisten Traumaheiler zumindest eine gewisse unbewusste Neigung dafür haben mussten. Oglomentik wurde so selten unterrichtet, dass die meisten es vermutlich nicht einmal merkten, wenn sie sie benutzten. Hermine hatte es nicht bemerkt. Für eine lange Zeit hat sie einfach nur gedacht, dass sie kalt war. Als die Jahre des Kriegs vorbeigezogen sind, wurden ihre Tendenz, ihre Emotionen abzuschalten, immer stärker und einfach rational zu sein, stellte einen großen Kontrast zu Rons und Harrys emotionalen Antrieb an. Sie war nicht gefühlslos. Sie konnte Dinge spüren. Aber ihre Emotionen waren ergänzend. Sie trafen keine Entscheidungen für sie. Es war immer der Verstand zuerst. Das Herz folgte. Es hat angefangen, nachdem Colin gestorben ist. Sie konnte nicht wie Harry sein. Sein Tod wurde zu einem ausschlaggebenden Punkt für sie beide. Nachdem Harry Hermine dabei beobachtet hatte, wie sie versucht hatte, Colin zu retten, ist er absolut von dem puren Bösen von dunkler Magie überzeugt gewesen. Er wird davon angetrieben, dass das, was er fühlte, dass das Richtige ist, wie er glaubte, dass die Dinge sein sollten. Bei Hermine hatte es das Gegenteil bewirkt. Sie bemerkte den unnachahmlichen Vorteil, den die Todesse über den Orden hatten. Es hat ihr die Augen geöffnet für den Preis des Scheiterns. Sie ist davon überzeugt, dass fast alles gemacht werden sollte, um Voldemort zu stoppen. Die Kosten, um die idyllischen Moralen festzuhalten und zu verlieren, waren zu hoch. Es war einfach die logische Schlussfolgerung. Je länger der Krieg anhielt, desto mehr gute und unschuldige Menschen würden leiden und sterben. Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen kreierten eine Spaltung zwischen ihr selbst und Harry. Dunkle Magie war schuld daran, dass er seiner Eltern, Sirius, Dumbledore, Colin, beraubt wurde. Sie sind ihm alle geraubt worden durch die dunklen Künste. Dass Hermine Gleiches mit Gleichem bekämpfen wollte, war für Harry undenkbar. Harry war entschlossen. Sie würden keine Mörder werden. Der Orden würde nicht so sein. Liebe hat den Todesfluch schon zuvor besiegt. Sie würde auch Voldemort besiegen. Die zynischen und pragmatischen Mitglieder des Ordens wurden einfach von allen anderen mundtot gemacht. Selbst als der Krieg schlimmer wurde, die Überzeugung wurde nur tiefer verwurzelt mit jedem neuen verlorenen Leben. Die, die an das Licht glaubten, konnten ihre Ansichten nicht aufgeben. Denn das würde bedeuten, dass jeder Tod umsonst gewesen wäre. Dass die Leute darum gebeten hatten, für ein Ideal zu sterben, das letztendlich gescheitert ist. Anstatt der bitteren Wahrheit ins Gesicht zu schauen, wurden sie immer mehr und mehr überzeugt davon, dass die Opfer und Verluste so gewaltig wurden, dass sie es wert sein mussten. Dass das Gleichgewicht der Wagen zwischen Gut und Böse bald auf ihrer Seite kippen würde. Einfach, weil es das musste. Es brach Hermine so weit, dass sie Ordentreffens verließ und sie vor Frustration fast so einen anfing. Sie hatte sogar darauf zurückgegriffen, eine Präsentation zu erstellen, um die Denkfehle bei versunkenen Kosten, irrationale Steigerungen von Einsatz und die Rechtfertigungstheorie zu erklären. Als sie versuchte, Muggelpsychologie zu erklären, wurde es abgetan und als sie versucht hatte, weiterzumachen, wurde sie behandelt, als ob sie eine Art feiges Monster wäre, das versucht, Psychologie zu benutzen, um Mord zu rechtfertigen. Sie hat einmal 13 Stunden auf der Krankenstation verbracht, um akribisch Professor Flitwigs Lungen zu rekonstruieren. Als sie direkt danach in ein Ordentreffen gerufen wurde, ging sie erschöpft hin und thematisierte das Problem der dunkler Magie mit erneuten Rage. Sie wurde wütend von einem genauso wütenden und erschöpften Ron informiert, dass sie sich wie eine Bitch verhielt und dass sie den Sinn des Ordens nicht zu verstehen schien. Mehrere andere Mitglieder des Ordens nickten zustimmend. Harry hatte zwar nicht genickt, erweigerte sich aber, sie anzuschauen. Und er klopfte Ron auf die Schulter, als sie das Treffen verließ. Sie hatte danach geweint. Severus hat sie in der Abschellkammer gefunden, als sie einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Nachdem er für mehrere Minuten dazwischen geschwankt ist, sie nur leicht und die anderen Mitglieder des Ordens auf grobe Weise zu beleidigen, hat er es geschafft, dass sie sich wieder gefasst hat. Sie fühlte sich geschmeichelt durch die Art der Zurückhaltung. Das nächste Mal, als er an einem Ordentreffen teilnahm, hat er ihr ein Buch über Oklomentik gegeben. Er hat keine Zeit gehabt, sie zu unterrichten, aber Hermine hat auch keinen Unterricht gebraucht. Allein durch das Lesen der Konzepte konnte sie die Technik verinnerlichen. Severus hat ihr es dann später gesagt, als er das schon vermutet hatte. Sie war eine natürliche Oklomentin. Es war ein Grund dafür, dass sie so eine talentierte Heilerin und Zaubertrankmeisterin war. Sie besaß die Fähigkeit, ihre Gedanken komplett in einzelnen Teile aufzuspalten, wenn es sein musste. Nach fünf Jahren Krieg hatte Hermine das Gefühl, dass ihr gesamtes Leben allmählich in verschiedene kleine Boxen aufgeteilt war. Ihre ewig frustrierende Beziehung mit Ron und Harry lag sorgfältig in einer Ecke vergraben, wo sie es nicht fühlen konnte. Das meiste ihrer Freundschaft fühlte sich so an, als ob es weggepackt wäre. Im Zentrum ihrer selbst war ein riesiger Raum, der die Freundschaft mit Ron und Harry so lange ausgefüllt hatte. Jetzt war da nur noch eine Grube, die sie pflichtbewusst mit Arbeit vollstopfte. Nach ein paar Minuten öffnete sie wieder ihre Augen und fing wieder das Lesen an. Sie hatte nur noch zwei Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Minerva McGonagall kam unerwartet am nächsten Nachmittag im Grimelplatz an, als Hermines Krankenhausschicht endete. Die ehemalige Schulleiterin von Hogwarts verließ Schottland nur sehr selten. Nachdem Hogwarts verlassen wurde, hatte McGonagall die Vormundschaft für all die minderjährigen Hexen und Zauberer übernommen, die zu Weisen geworden sind oder deren Eltern im Krieg kämpften. Sie ist zum Anwesen ihres Vaters nach Kaisnest zurückgekehrt, und nachdem die Erweiterungstauber bis zu einem unmöglichen Ausmaß ausgenutzt hatte, war das Haus groß genug, um über 100 Kinder unterzubringen. Sie betrachtete jeden ohne Eltern als ihren Schützling. Mit Hermines Eltern obliviert und versteckt in Australien bedeutete das, dass Minerva auch Hermine als eine davon ansah. Sie gingen, um Tee im Muggellondon zu trinken. Als sie sich hingesetzt hatte, starrte sie Hermine ohne etwas zu sagen für eine lange Zeit an. »Ich hatte gehofft, du würdest ablehnen«, sagte Minerva endlich. »Hast du wirklich gedacht, dass ich das tun werde?« fragte Hermine, ihre Stimme war ruhig, als sie sich Tee einschenkte. »Nein«, sagte Minerva steif. »Meine Hoffnungen und Annahmen sind zwei unterschiedliche Dinge schon seit Längerem. Deshalb habe ich auch gesagt, dass es skrupellos ist.« »Der Orden braucht es!« Es herrschte Schiller, als die zwei Frauen sich gegenseitig beobachteten. Die Anspannung zwischen ihnen vibrierte, wie das Kreischen eines Geigenbogens, der rücksichtslos über die Seiten gezogen wurde, schneidend, ächzend, der bis ins Mark ging. Nach einer Minute fing Minerva wieder das Sprechen an. »Du bist eine der außergewöhnlichsten Schülerinnen gewesen, wo ich damals das Privileg haben durfte, sie zu unterrichten. Deine Unnachgiebigkeit in Hogwarts ist immer etwas gewesen, das ich bewundert habe.« Minerva machte eine Pause. »Aber«, presste Minerva hervor, sie wappnete sich selbst für die scharfe Kritik, die am anderen Ende des Kompliments wartete. »Aber«, Minerva setzte ihre Teetasse wieder auf der Untertasse mit einem Klickgeräusch ab. »Die Art, wie du diese Tendenz mit in den Krieg getragen hast, besorgt mich. Ich frage mich manchmal, wofür dich die Grenze ist, wenn du überhaupt eine hast.« Irgendwann einmal hätte so eine Zurechtweisung Hermine erröten lassen und sie hätte sich selbst in Frage gestellt. Aber jetzt blinzelte sie nicht einmal. »Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen«, sagte sie. »Für extreme Erkrankungen braucht man extreme Wege der Heilung, die hinsichtlich der Einschränkungen am besten geeignet sind.« Minervas Gesichtsausdruck spannte sich an. Ihre Lippen pressten sich zu einer Linie zusammen. »Und was ist mit Essens? Richte keinen Schaden an. Oder denkst du, dass der Eid nicht für dich gilt, wenn du dir selbst Schaden zufügst?« »Hypokrates hat es nie gesagt.« Hermine nippte an ihrem Tee mit mehr Gleichgültigkeit, als sie verspürte. »Premium non noctere. Es wurde im 17. Jahrhundert auf Münzen geprägt. Man kann es an Latein erkennen. Außerdem, ich mache das nicht als Heilerin.« »Das Mutti, die ich das überhaupt gefragt hat, macht ihn so verdorben, wie der Verstand, dass sich das Ganze ausgedacht hat.« Minervas schottischer Akzent wurde deutlicher durch die Emotionen, die in ihrer Stimme mitschwangen. »Ich habe gedacht, es würde Grenzen geben. Wann mit der Preis des Sieges zu hoch, hm? Das ist ein Krieg, der sowieso schon mit dem Blut von Kindern bezahlt wird. »Verkaufen wir sie jetzt auch noch?« Hermine seufzte. »Ach, ich bin kein Kind mehr, Minerva. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Niemand zwingt mich dazu. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du zustimmen würdest. Draco Malfoy wusste es ohne Zweifel, als seine Wahl auf dich fiel. Denkst du wirklich, dass es für jemanden von deiner Natur jemals eine Wahl gab? Genauso viel, wie ich es hatte, als ich eine Heilerin geworden bin oder mit allem anderen, was ich jemals getan habe. Hermine fühlte sich plötzlich erschöpft. »Harte Entscheidungen zu treffen? Irgendjemand muss es machen. Irgendjemand muss leiden. Ich bin gewillt dazu, diejenige zu sein. Ich kann das ertragen. Warum sollte ich versuchen, es jemanden aufzuzwingen, der es nicht kann?« »Ah, du bist so sehr wie Alistair«, sagte Minerva mit einem verbitterten Unterton. Es schien, als ob sie Tränen in den Augen hatte. »Als er mir davon erzählt hat, habe ich Nein gesagt. Ich sagte niemals. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden können. Denn wenn wir nach diesen Dingen fragen, sind wir kein Stück besser. Und dann hat er mir gesagt, dass er mir dies nicht erzählte, um sich mit mir zu beraten. Die Entscheidung ist schon getroffen worden, von ihm und Kingsley. Er erzählte es mir einfach nur, damit es jemand wusste, dass ich um dich sorgte. Für den Fall, dass Draco Malfoy dir etwas antun könnte. Minervas Stimme brach plötzlich ab. Hermine fühlte sich überwältigt von einer Woge der Zuneigung, aber sie zwang sich dazu nicht zu reagieren, nicht einzuknicken. Er hat Albus umgebracht, sagte Minerva noch einen Moment. Ihre Stimme zitterte vor Gefühlen. Ich weiß, ich habe es nicht vergessen. Er ist damals kaum 16 Jahre alt gewesen. Er hat einen der mächtigsten Zauberer unserer Zeit kaltherzig in einem Flur voller Erstklässler umgebracht. Sogar Tom Riddle war älter als er, als er das Töten angefangen hat und er hat mit einem Schwulmädchen angefangen, im Geheimen in einem Badezimmer. Was für eine Art Mensch glaubst du, dass Draco Malfoy jetzt ist? 16 Jahre später. Es ist unsere beste Chance, deinen Krieg noch rumzureißen. Wir brauchen diese Chance, Minerva. Du siehst die weißen Kinder. Aber ich sehe die Leichen. Wir können es uns nicht leisten, irgendwelche Möglichkeiten verstreichen zu lassen. Ich werde nichts ablehnen, was im Orden auch nur einen Bruchteil mehr Chancen verschaffen kann, deinen Krieg zu gewinnen. Kein einziger Mensch ist mehr wert als der ganze Krieg. Du würdest alles tun, um den Krieg zu beenden. Das würde ich. James Potter hat früher immer gesagt, dass der Krieg die Hölle ist. Ich habe ihm immer zugestimmt. Aber jetzt, ich glaube, dass er falsch lag. Krieg ist viel schlimmer als die Hölle. Du bist kein Sünder. Das ist kein Schicksal, das du verdienst. Und dennoch scheinst du so versessen darauf zu sein, dich selbst zu überdammen, wenn es bedeutet, dass wir den Krieg gewinnen können. Krieg ist Krieg. Hölle ist Hölle. Und von den beiden ist Herr Krieg um einiges schlimmer. Zitierte Hermine und lächelte traurig. Mein Vater hat es immer gesagt. Es ist aus einer Muggelfandeserie. Hermine zögerte für einen kurzen Moment, bevor sie hinzufügte. Du hast recht. Ich bin gewillt, alles zu tun, um diesen Krieg zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leuten sagen werden, dass ich es nicht tue. Ich weiß, dass es für mich kein Zurück von dem Ganzen gibt. Zumindest nicht, was Ron und Harry betrifft. Selbst wenn es uns am Ende einen Krieg verschafft. Aber sie zu retten ist es mir wert. Ich habe mich schon immer darauf vorbereitet, den Preis zu bezahlen, denn es kostet, um so weit zu gehen, wie ich gewillt bin, zu gehen. Ich habe die Konsequenzen nie ausgeblendet. Minerva antwortete nicht. Sie nippte an ihrem Tee und schaute Hermine an, als ob sie erwartete, sie nie wiederzusehen. Hermine erwiderte ihren Blick und fragte sich, ob sie damit wohl recht hatte. und her窗ige Entsache, Entsache, es ist ein, was und herzune schausch. schausch. Sie sind. Sie sind. Sie können. Vielen Dank.